Wir, Bulgarische Nationalisten, werden am 25. Mai in Dortmund auf die Strasse gehen, weil die Erde nicht nur ein Unglück für Deutschland ist, sondern für ganz Europa. Kameraden, Legio Hungaria will be in Dortmund at May, weil wir in einer starken Europäischen Union glauben. Und der Weg in einer starken Europäischen Union ist nur die Allianz. Als ein Französer Nationalist werde ich in Dortmund am Mai der 25. Mai sein mit meinen Kameraden aus der Partei Die Rechte, weil als Nationalist denke ich, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht Deutschland ist und als eine Nation ist nicht nur eine Republik. Und deshalb werde ich mit meinen Kameraden in Dortmund sein. Kameraden, wir werden mit dem kulturellen Marxismus, dem demoliberalismus und wir müssen das zusammenfassen. Bis zum nächsten Mal in Dortmund. Auch wir tschechische Nationalisten kommen wir am 25. Mai nach Dortmund um den Kampf gegen das Kranksystem zu unterstützen. bis zum nächsten Mal in Dortmund. Bis zum nächsten Mal in Dortmund, bis zum nächsten Mal in Dortmund. Vielen Dank.